Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought. Und mein Gast für diese Folge ist Markus Harrer von InnoQ und das Thema ist Legacy Software, also Software, die schon ein bisschen älter ist. Aber ältere Software will nicht unbedingt heißen, dass es sich dabei auch um kalten Kaffee handelt, wie uns Markus später erzählen wird. Schließlich gibt es etliche Programme und Anwendungen, die noch auf Sprachen beruhen, die heute eher nicht mehr angewendet werden, wie zum Beispiel COBOL. Markus wirbt für mehr Verständnis für gebrauchte Software und plädiert dafür den Drang, zur stetigen Erneuerung ein wenig einzudämmen. Was für SoftwareentwicklerInnen ja nicht immer leicht ist. Da gibt es mal wieder ein neues TypeScript Framework, eine neue Programmbibliothek und andere coole Sachen. Der Gabentisch ist riesengroß und es kommen immer wieder neue Leckereien auf den Tisch. Diesen Versuchungen nachzugeben ist nicht immer gut. Und Software, die schon existiert, am Laufen zu halten, macht in vielen Fällen viel mehr Sinn. Wie uns Markus in dem folgenden Gespräch erklären wird. Hallo Markus, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir reden heute über Software-Legacy-Code und Qualität in Software im Allgemeinen. Aber bevor wir damit anfangen, wie üblich, kannst du dich kurz vorstellen. Ja, hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Markus Harrer. Ich arbeite als Software-Evolutionist, würde ich fast sagen, bei der Firma InnoQ. Und ich mache dort alles rund um Software-Legacy-Code. Vor allem in, sag mal, älteren Systemen. Also Richtung Software-Sanierung, Software-Modernisierung. Bin da, wie gesagt, beratend tätig. Mach da so Coaching, aber auch Training. Und in dem Sinne ziehst du dann durch die Lande und gibst dann Trainingskurse und so weiter. Genau, der reisende Berater, wie ich früher immer so sagen, fliegte. Und versuche halt überall anzuschieben. Denn ich sage mal so, Spoiler, ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass man auch mit älteren Systemen noch was machen kann. Ich glaube, das ist berechtigt, weil ältere Systeme sind ja doch ziemlich häufig auch in Benutzung. Auch heute noch. Auch in der Privatwirtschaft natürlich, nicht nur in der Wissenschaft. Genau, das ist der Fall. Und ich möchte auch ein bisschen Leute wegbekommen von dem ständigen Neuschreiben oder diesen ganzen Shining-New-Things-Themen. Wie gesagt, da können wir mal ein bisschen drüber reden, was man so machen kann heute. Da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast ja auch selber einen wissenschaftlichen Hergang. Du warst ja, glaube ich, Computerwissenschaft oder Informatik. Also zumindest vom Werdegang genau habe ich Informatik studiert, im Bachelor. Dann ein bisschen gearbeitet, dann noch den Wirtschaftsinformatiker draufgelegt, weil ich da nicht so sehr in die Technik abdriften wollte, sondern ein bisschen mal wissen möchte, wie das Business so tickt. Und war auch mal eine Zeit lang bei Fraunhofer, dem Institut für integrierte Schaltungen. Da haben wir auch Forschungssoftware im RFID-Bereich und Internet der Dinge in der Logistik entwickelt. Genau deswegen kenne ich auch ein bisschen so diese Geschichte, wie man eben auch in der Wissenschaftssoftware entwickelt. Bin aber dann die Privatwirtschaft über und habe dann normale Software entwickelt für Touristik, für Bankenbereiche und so weiter. Und da trifft man dann schon häufiger Legacy-Code. Genau, das funktioniert ja. Also ich habe gestern auch noch mal Geld abgehoben vom Bankautomaten. Also es scheint ja noch zu gehen. Und ich muss auch sagen, da kann man auch richtig stolz drauf sein, was man auch in den Pionierzeiten der IT überhaupt geleistet hat damals, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Und das geht mittlerweile ein bisschen so in die Selbstverständnis über, dass man es einfach so annimmt und sagt, es muss auch besser werden, ohne die eigentliche Pionierarbeit da ein bisschen wertzuschätzen. Deswegen habe ich vor Banken und Versicherungen totalen Respekt, dass die ihre Software-Systeme auch heutzutage noch betreiben und dass es immer noch funktioniert. Und das bringt uns ja genau zum Thema, denn die Frage ist ja, warum altert Software? Ich meine, warum muss man das überhaupt erneuern? Ich meine, wenn man jetzt ein Haus baut, okay, ein Haus, das muss man ja ab und zu mal sanieren. Und da gibt es dann auch mal Risse. Wie altert Software denn eigentlich? Software wird ja selbst nicht schlecht. Also fängt nicht an zu schimmeln oder zu faulen. Aber Software selbst wird eben obsolet, weil sich das Umfeld sehr stark verändert, in dem die Software eingesetzt wird. Ich hatte am Wochenende auch mit einem bekannten Gespräch, er wollte wieder das schöne Spiel Dungeon Keeper 2 installieren, auf seinen neuen Rechner. Und das lief halt nicht, denn das war damals, glaube ich, für Windows 98 oder so entwickelt worden. Jetzt hat er Windows 7 oder 10 oder 11. Das Spiel selber, die Bits und Bytes sind immer noch auf der CD. Also die kann ich sehen. Ich sehe die Excel und alles so und dran. Aber ich kann es halt einfach nicht mehr auf den neuen Hardware starten, auf den neuen Betriebssystemen. Das funktioniert halt null. Und deswegen muss man eben auch immer ein bisschen ständig das Umfeld beachten. Wo hat sich was geändert? Also von der Technikseite her oder auch vom Business. Es gibt neue Benutzergruppen, vielleicht neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsideen. Vielleicht wird Software zweckentfremdet. Vielleicht kommt ein Zukauf dazu. Da muss man auch ein bisschen tüfteln, damit sich ein System mit anderen wieder integriert. Also da geht die Arbeit nicht aus. Wenn Software altert, dann kann das ja auch unter anderem daran liegen, dass die Qualität der Herstellung, um es mal so zu sagen, der Entwicklung nicht so besonders ist. Was für eine Rolle spielt Qualität in dem Zusammenhang? Also ich sehe immer Qualität ein bisschen so auch evolutionär mitwachsend mit der Weiterentwicklung des Software-Systems. Und ich denke auch, man muss halt immer zu einem gewissen Zeitpunkt mal schauen, ob die Qualität, die man jetzt liefern kann für das Software-System, eben jetzt immer noch angemessen ist. Es gibt neue Benutzergruppen, die haben vielleicht jetzt andere Ansprüche an Performance-Themen, die haben andere Ansprüche an Security. Vielleicht habe ich jetzt plötzlich einen Datenschutzbeauftragten, die haben ja nach Löschkonzepten irgendwie gefragt für meine Software. Da muss ich eben nachschießen, um einen gewissen Level an Qualität nochmal aufrechtzuerhalten. Da spielt eben Qualität ständig in der Weiterentwicklung des Software-Systems eben eine Rolle. Und da muss man eben auch immer ab und zu kontrollieren, ob die Software immer noch qualitativ so angemessen ist, wie man das eben erwartet von außen oder in der Entwicklung eben auch. Das ist ja auch eine spannende Frage, finde ich, weil Qualität ist ein sehr breiter Begriff. Du hast ja schon mal angedeutet, dass es auch darum geht, was die Erwartungen an die Software sind. Aber wie würdest du denn Software-Qualität im Allgemeinen definieren? Also ich habe eine ganz kurze Definition. Für mich ist Software-Qualität immer da, wenn das, das gebraucht wird, auch da ist. Da kann ich ganz vielen Beispielen auch wieder reden. Ein beliebter Fall ist immer sowas wie der Chef wechselt oder die EDV-Leiterin, die hat jetzt einen anderen Job bekommen. Ob sich da nicht so ein, auch von den Leuten, die was so sagen können, was qualitativ denn angemessen ist, ob sich da noch was nicht ändert. Da muss man immer nachjustieren oder zumindest mal die Frage stellen, ändert sich jetzt unser Zielbild im Endeffekt für die Software? Und sollen wir jetzt da was tun oder sollen wir das so lassen? Und sagen, ja gut, das lassen wir jetzt noch im alten Verfahren weiter zu laufen. Also das sind so Diskussionen, die man da führen muss. Es gibt nicht Software-Qualität in der Richtung, dass man sagt, man nimmt eine Norm und dreht da alle Qualitätsmerkmale auf 10, 0 von 10. Das geht da konzeptionell gar nicht. Also verschiedene Qualitäten, die stehen miteinander in Konflikt. Also das typische Ding Benutzbarkeit versus Security. Und da muss man eben in die Klärungsarbeit gehen. Und diese Antworten, die man dann bekommt, wie gesagt, die sind auch wieder relativ, relativ Richtung verschiedener Leute, also subjektiv an der Stelle und relativ Richtung zeitlicher Verlauf, weil eben auch je nach Last, je nach Situation des Software-Systems, wo es verwendet wird, andere qualitative Ansprüche sind. Das muss ich immer wieder nachziehen, immer wieder glatt ziehen und diskutieren. Aber irgendwie muss man ja Software-Qualität auch messen können. Wie kann man denn sowas messen? Was für Kriterien kann man denn da ansetzen? Richtig, ich brauche erstmal ein Ziel. Dann weiß ich auch, was ich tun muss oder ob ich ein Problem habe oder nicht. Je nachdem, wie weit ich weg bin, muss ich auch mal gucken, ob ich nachjustieren muss, ganz richtig. Und da kann ich für verschiedenste Qualitätsmerkmale überlegen, was geeignete Messwerkzeuge sind. Das kommt jetzt wieder ganz darauf an, auch teilweise, wie viel ich mir da leisten kann. Also ich nehme ein Extrembeispiel, Benutzbarkeit. Leute sagen, ich kann überhaupt nichts machen. Benutzbarkeit ist so irgendwie subjektiv. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Aber wenn ich das wirklich wichtig mir vorgeschrieben habe zu erreichen, dann kann ich da auch direkt was in die Software einbauen. Also beispielsweise, wenn man da mit offenen Augen durch die Welt geht, wird man beispielsweise bei Suchen in irgendwelchen E-Commerce-Shops ab und zu mal gefragt, ob ich mit den Suchergebnissen zufrieden war. Oder diese Pop-Ups kommen ab und zu, hey, möchten Sie nicht teilnehmen an der Kundenumfrage? Gut, das ist nicht so meins, aber es kann auch sehr subtil sein, wie beispielsweise in Miro, dieser Wideboarding-Lösung im Internet. Da gibt es direkt Feedback-Buttons, beispielsweise bei der Funktion, um Tabellen zu erstellen. Also da kann man wirklich mit Smilies direkt sagen, ja, habe mir das gefallen oder nicht. Und wenn nicht, ja, was war denn da dran? Und so kann ich eben danach, also wenn ich diese Daten habe, auch so Dinge wie Benutzbarkeit messen. Und da ist halt die Frage, also theoretisch, ich kann alles messen. Die Frage ist nur des Aufwandes. Den muss ich natürlich betreiben. Und den würde ich eben betreiben, wenn mein Qualitätsziel besonders wichtig ist, auch Richtung Performance. Dann muss ich eben dann ein Monitoring einbauen. Das kommt nicht umsonst, dass man diese Messung irgendwie machen kann. Aber im Endeffekt kann ich vieles messen. Ich muss nur gucken, was sind die geeigneten Maßnahmen, also Kataloge, wie man bestimmte Qualitäten mehr qualifizieren kann. Das ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist nur des Aufwandes, was ich da betreiben möchte. Gut, es ist eine Frage des Aufwandes, sondern es ist auch eine Frage der Interpretation. Ich meine, man kann ja viele Daten auch sammeln, aber da muss man auch irgendwie mal sich entscheiden, was es denn eigentlich bedeutet. Genau, also man kann es billig machen. Dann arbeitet man eben mit Annäherungen, Heuristiken. Also sozusagen, ich kann nicht zu dem ultimativen, besten Ergebnis kommen, deswegen nehme ich eine Abkürzung. Ich verliere eben da an der Genauigkeit, an der definitiven Aussagekraft. Aber das ist ja die Abwägung, die man machen muss. Ich kann mich natürlich als Entwickler den ganzen Tag neben einen Benutzer hinsetzen, um zu gucken, wo er Probleme hat. Aber es wird nicht wirtschaftlich sein, deswegen brauche ich eben Annäherungen. Und da die richtige Balance zu finden, was ich mache, was für mich sinnvoll ist in meinem Bereich, ist natürlich dann wieder sehr stark kontextabhängig im Endeffekt. Was uns so ein bisschen vom Thema jetzt ablenkt von Evolution und Legacy-Systemen, da gehen wir mal ein bisschen wieder zurück. Legacy-Software, da gibt es ja auch, glaube ich, Bücher jetzt inzwischen drüber, irgendwie, wenn man damit umgeht. Aber was ist denn so die Definition? Fangen wir doch mal einfach mal damit an. Was ist denn für dich ein Legacy-Projekt? Also Legacy ist natürlich erstmal was Schönes. Legacy ist ja ein Vermächtnis. Und Legacy ist immer da, weil es gebraucht wird. Sprich, wenn es eben Software ist, die niemand mehr nutzt, dann habe ich kein Legacy. Dann ist es einfach irgendwo gelöscht worden. Ansonsten ist es eigentlich sehr stark negativ. Erstmal vom Begriff her natürlich belegt. Man sagt immer, geh weg mit deinem Legacy-Zeug da. Aber definitionsmäßig, ich würde mal von der Andréa Gullett was aufgreifen. Die hat das mal auf Legacy-Code heruntergebrochen, mit einer schönen Definition, wo sie mal gesagt hat, Legacy-Code ist Code ohne Kommunikations-Artefakte. Und das Ganze kann man eben aufs System auch ein bisschen so bringen. Also ich sage immer, wenn die ursprünglichen Ideengeber nicht da sind, die die Philosophie des Systems sich mal ausgedacht hatten, wenn sowas verloren ist, also auch Dokumentation nicht mehr da ist, um das nochmal nachzuvollziehen, wenn jetzt plötzlich unterschiedliche Konzepte umgesetzt sind, die in mich miteinander zusammenpassen, wenn die Regeln unklar sind, wie ein Software-System so ticken soll, wenn dieses ganze Ding, Regeln-Philosophie des Systems irgendwie nicht mehr so ganz klar ist, dann würde ich sagen, das ist ein Legacy-System. Und wir müssen jetzt damit arbeiten, weil es wird immer noch gebraucht. Das ist sozusagen meine umfassendere Definition davon. Du hast ja schon angesprochen, dass im Bankenbereich und in Finanzen und auch in anderen Bereichen Legacy-Software ganz häufig benutzt wird, auch immer noch. Also da gibt es ja dieses Beispiel von Kobold zum Beispiel oder Pascal wird auch noch benutzt. Das sind ja auch Sprachen, die wahrscheinlich heutzutage die Zuhörer nicht mehr so richtig kennen werden. Aber wie haben die das denn geschafft, das am Laufen zu halten? Ich sage mal so, Testen in Production würde ich mal fast sagen. Also man weiß ja, dass es funktioniert und hat dann immer so kleine Stellschrauben, wo man auch mal was drehen kann, aber nicht mehr zu viel. Also mit sehr vieler Vorsicht würde ich mal sagen, kann man da schon noch rangehen und eher so experimentell mal gucken. Ich schubse das System sozusagen ein bisschen an, um zu schauen, was so passiert und dann schubst du es noch ein bisschen an, um eben das System in einem kontrollierten Verfahren zu erweitern oder allgemein zu ändern. Also da muss man eben sehr vorsichtig sein, wenn man wirklich an den Kern heran möchte und wo man sich natürlich dann ausgetobt hat in den letzten Jahren, ist, dass man um diese Software-Kernfunktionalitäten eben was herumgebaut hat. Dass man eben diese COBOL-Anwendungen, die meistens auf dem Mainframe laufen, dann mal ins Web heben wollte, dann gibt es eben außen herum nochmal Software, die das irgendwie bewerkstelligt, da ein bisschen vermittelt zwischen der Webwelt und der klassischen Mainframe und da kann man auf jeden Fall was drehen, weil man da nicht ständig mit der Hauptfunktionalität, die kritisch ist, zu tun hat, sondern mehr oder weniger nicht so sicherheitskritische Funktionen hinzugefügt hat, um eben auch neuere Kontexte zu unterstützen, wie eben beispielsweise auch den Zugriff über irgendwelche Web-Oberflächen. Und damit kann man sich eigentlich eine gute Zeit lang mit aufhalten, aber man hat immer noch den Elefanten im Raum. Was ist jetzt mit dem Kern? Dann hat man auch ab und zu das Problem, dass eben die Mitarbeitenden langsam auch in Rente gehen natürlich, dass man vielleicht auf Technologien setzt, wo man die Hardware auf Ebay kleiner Zeichen kaufen muss, weil man ansonsten die Plattform nicht mehr bekommt, wo man das betreiben kann. Da wird es langsam dann eng und dann muss man ab und zu auch mal ran, um auch im Kern ein bisschen zu wackeln und zu gucken, wie man vielleicht auch mal eine Migration zu einer neueren Technologie-Plattform hinbekommt. Also das ist ja genau der Punkt, dass man irgendwie quasi ein Gerüst drumherum baut. Wir kaufen uns ein kleines Reihenhaus, das Gebäude hat schon ein paar Risse, aber irgendwie die Mauern bröckeln auch schon und wir bauen so ein bisschen so ein Gerüst drumherum, um das alles noch am Laufen zu halten und so eine Pseudofassade, dass es irgendwie auch nach außen hin schön aussieht, aber irgendwann muss man an dem Gebäude selber auch mal. Genau, da kann man eigentlich auch was machen. Also wo ich auch ein großer Fan davon bin, ist, viele sagen, ja man kann ja dann Kobold irgendwie transformieren zu Java. Na gut, dann habe ich eben Kobold in Java vorliegen, wobei Java auch schon wieder Legacy ist. Also da müsstest du das ja in TypeScript eigentlich gleich konvertieren. Aber man kann auf unterschiedlichen Ebenen da auch arbeiten. Also wo ich ein Fan davon bin, sind beispielsweise Mustersprachen. Also man kennt so klassische Design Patterns, Factory Pattern in der Sohn-Erwicklung. Und wenn man das ein bisschen allgemeiner sieht, dann hat man so Muster oder so Konzepte, die man umsetzt in der Software und die folgen einem gewissen Schema im Endeffekt. Da habe ich mich auch sehr stark inspirieren lassen von der Carola Lidienthal. Ich würde sie mal als Legacy Evangelistin bezeichnen hier, die gibt gut, auch mit alten Code noch zu arbeiten. Da ist die Idee eben, dass man eben schaut, dass das Software-System oder der Code, der vorliegt, dass man den gut interpretieren kann als Mensch, dass man das lesen kann. Und das bedeutet für mich, dass ich schaue, gibt es da gewisse Muster, die man auch in anderen Programmiersprachen kennt. Also beispielsweise sowas wie ein Repository-Muster, um eben Daten von der Datenbank zu schaufeln. Das ist ein sehr abstraktes Konzept. Das kann ich in ganz vielen Programmiersprachen umsetzen. Das hat einen Namen da draußen, den kann ich nachlesen. Und jetzt habe ich in meiner COBOL-Software vielleicht den Data-Juster oder so, keine Ahnung, ich habe irgendein Wort gesagt, das gibt es null. Ich habe das selber noch nicht gehört, bin jetzt gerade irgendwie draufgekommen. Macht keinen Sinn, ist nirgendwo dokumentiert. Aber im Endeffekt, wenn ich da drauf schaue, auf dieses Konzept, dann ähnelt das sehr stark diesem Repository, das allgemein da draußen akzeptiert ist, das funktioniert, wo man was zu sagen kann. Und da würde ich eben auch dafür werben, nicht nur so Code zu transformieren, sondern auch zu versuchen, wenn ich mit dem Code ein bisschen länger arbeiten muss, einfach so ein bekannte Muster reinzubekommen in meinen alten Quellcode-Masis, um zumindest ein bisschen diese kognitive Last von ja, ich muss alles neu lernen, wegzubekommen, hin zu ja, ich muss zwar die Programmiersprache neu lernen, aber die Konzepte, die da drin sind, eben nicht, denn die kenne ich nämlich von woanders her. Und das drückt halt sehr stark diesen Einarbeitungsaufwand. Und wie gesagt, das sind die ersten Schritte, die ich jetzt ohne das große Rad drehen zu müssen, auch in Bestandssoftware machen kann. Also auf Mustersprachen gehen, da haben wir auch das Thema mit Modularisierung, Dinge ein bisschen zu einkategorisieren, in verschiedene Töpfchen, mal zu gucken, wo gehört das hin, dann vielleicht das nächste, so ein bisschen Abhängigkeiten klar zu ziehen. Das sind dann so Klassiker, um auch mit Legacy-Systemen voranzukommen, um vielleicht eine Migrationsfahrt mal in der Zukunft zu zeigen, weil ich dann später diese Konzepte, die bekannt sind da draußen, nehme von Kobold und in eine andere Programmiersprache transferiere. Das ist auch ein ganz guter Hinweis, denn Muster- oder Software-Architektur spielt also eine große Rolle, weil die Art und Weise, wie Software sich evolutionär entwickelt, um es mit deinen Worten zu sagen, hängt sehr davon ab, wie man eigentlich damit anfängt, wie zum Beispiel, welche Muster wählt man und dann kann man so ein bisschen von der Sprache und von der Technologie, die man zu dem Zeitpunkt verwendet, dann auch ein bisschen Abstand nehmen. Ist das so das Konzept? Genau, exakt. Und vor allem auch, man muss sich auch vorstellen, man hat sich vielleicht so eine eigene Sprachwelt geschaffen, jetzt mit den älteren Systemen. Und vielleicht mal ganz am Anfang war das noch klar für die initialen Entwicklernden, was man da so hat, aber mit der Zeit ging dieses Wissen vielleicht auch verloren und andere haben ein bisschen was aufgeschnappt, was nicht so ganz den ursprünglichen Gedanken dann repräsentiert hat und haben anfangs klare Muster eben verwaschen im Endeffekt und so wie die Code-Basis halt sehr unklar. Oder auch schon daneben, es war gar nicht klar am Anfang, was man überhaupt meinte damit, wie man bestimmtes Muster eingeführt hatte, weil man das nie aufgeschrieben hat und wenn man es aufgeschrieben hätte, hätte man da vielleicht schon gemerkt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, diese Muster eben zu dokumentieren, denn beim Schreiben, also muss das aus meinem Kopf heraus, ich muss das ja irgendwie in etwas Strukturiertes, also in Sprache gießen können. Und wenn ich da schon merke, das ergibt ja auch keinen Sinn, was ich da schreibe, dann ist beim Muster auch nicht irgendwie klar und dann ist es klar für die anderen, dass die das nie und nimmer umsetzen können, weil das Konzept total konflus ist. Und das hilft schon. Allein dieses Niederschreiben eines Musters, glaubt man gar nicht, also das einfach so ein bisschen zu dokumentieren, ist schon eine unglaubliche Bereicherung dann für Software-Systeme, weil man sich danach eben erstmal fragt, ja, ist das überhaupt so? Haben die anderen das auch so verstanden? Also dieser Austausch, der ist ja sehr wertvoll, um mal die ersten Schritte zu gehen und das System ein bisschen besser verständlicher zu bekommen. Nun ist ja aber in der Software-Entwicklung meistens immer der Fall oder nicht meistens, aber oftmals, das habe ich selber auch erlebt, ob das jetzt in der Wissenschaft ist oder in der Privatwirtschaft, das spielt eigentlich keine Rolle, dann kriegt man einen Arbeitsbereich, man arbeitet mit Software, also nennen wir das jetzt mal Legacy-Software und dann denkt, oh nee, damit komme ich nicht klar und jetzt muss ich mich entscheiden, verbringe ich jetzt sehr viel Aufwand, das irgendwie aufzumotzen, das so hinzubiegen, dass ich das benutzen kann oder schreibe ich das einfach von vorne hin? Das ist ja immer eine schwere Entscheidung für die Organisation und für die Person ist es natürlich eine schwere Entscheidung, man muss natürlich viel Zeit investieren, um dieses alte Ding noch am Laufen zu halten oder man muss viel Zeit investieren, was ganz Neues zu schreiben, weil man irgendwie dann mit dem Alten nicht zurechtkommt. Was sind denn da so die Kriterien, die einem helfen können bei diesem Entscheidungsprozess? Also ich würde da wieder anfangen mit Legacy-System, Richtung Spielregeln sind vielleicht unklar in das System und hier Philosophie ist vielleicht nicht mehr so ganz so klar und da würde ich erst mal bei dem ersten anfangen, vielleicht ist ja mein Anspruch als Software-Entwickler eigentlich ein bisschen zu hoch. Also vielleicht stelle ich mir vor, wir müssen jetzt ein Software-System machen, das jetzt hier so Internet-Scale unterwegs ist, weil ich das vielleicht woanders schon mal irgendwo mitbekommen habe. Vielleicht ist das gar nicht so oder ich habe woanders gehört auf irgendwelchen Konferenzen, Time-to-Market ist sehr wichtig und in das Software-System kann ich ständig neue Features liefern, also haben wir da ein Problem in Time-to-Market, weil die anderen, die liefern ja auch schneller. Aber vielleicht habe ich ja auch eine Benutzerschaft, die es gar nicht möchte, dass ich ständig irgendwas neu lernen muss, weil neue Features dazukommen, die möchten eigentlich bloß ihre Arbeit machen mit dem, was schon da ist und nicht ständig irgendwie die Buttons woanders sehen müssen, weil sich das wieder geändert hat. Dann muss ich erst mal gucken, was ist überhaupt mein Ziel? Also habe ich überhaupt Probleme im Endeffekt? Und das ist das Ding, wo ich anfangen würde, um überhaupt nachdenken zu müssen, ja, bin ich so weit weg eigentlich von meiner Zielvorstellung? Also da muss ich mal was Langes zitieren und zwar vom Georg Jocher, der hat einen sehr guten Podcast zum Problemlösen da draußen und von dem habe ich mal den Spruch gehört, dass man einfach mal anfangen muss zu klären, wo ich hin möchte. Das ganze Zitat ging so, ja, wenn Sie ein Ziel haben und Sie sind auf dem Weg, Ihr Ziel zu erreichen, ja, dann haben Sie kein Problem. Und das meine ich ja, also man hat als Entwickler oder Entwicklerin so einen hohen Anspruch vielleicht von einem Vorgängersystem und vielleicht muss man erst mal runterbekommen, weil das System, das wir jetzt bauen, völlig in Ordnung ist. Das wäre die erste Klärung, die man so vornehmen muss. Und dann geht eben weiter und sagt, ja, wenn Sie ein Ziel haben und Sie sind nicht auf dem Weg, Ihr Ziel zu erreichen, ja, dann haben wir ein Problem. Und deswegen abklappern, auch wenn ich jetzt so herausfinden möchte, neu schreiben oder incrementell entwickeln, was kommt daher, also ist da was dahinter, sind das auch Probleme, die wirklich existieren oder hat man sich dann noch was ausgedacht? Deswegen bin ich da sehr Fan davon, auf dem Platt Papier mal niederzuschreiben, wo eigentlich die ganzen Lücken so sind, wie groß das ist, um da einen Indiz zu bekommen, ob man überhaupt incrementell was machen kann oder ob man es neu schreiben muss. Ein Beispiel, also ich habe so ein paar Pointer für mich, beispielsweise, wenn sich da grundsätzlich das Bedienkonzept einer Anwendung ändert, dann muss ich auf jeden Fall mal nachdenken, ob ich das überhaupt schaffe, incrementell zur neuen Philosophie des Systems hinzukommen. Also beispielsweise Versicherungsbereich, da hat man jahrelang immer auf das Thema, also sehr versicherungszentriert gearbeitet. Da gab es halt einfach als Aufhängepunkt die Haftpflichtversicherung und an der hat sich alles orientiert, wer die Versicherungsnehmen waren, wie die Policen sind und so weiter. Und wenn es sich jetzt da was ergibt, dass man sagt, ich möchte jetzt in meiner Versicherungsunternehmen die 360 Grad Customer Experience machen, dann dreht sich so der Dreh- und Angelpunkt im Endeffekt in meiner Software und da ist die Frage, ob ich das mit incrementellen Sichtweisen hinbekomme, ob ich das so drehen kann, dass es plötzlich der Kunde im Mittelpunkt ist und nicht mehr die einzelne Versicherung. Das ist so ein Pointer. Oder wenn ich sage, ich habe früher eine Anwendung gehabt, die hat einfach Formulare digitalisiert und jetzt möchte ich sehr stark automatisieren, dass ich dann gar nicht mehr mit manuellen Arbeitsschritten irgendwas machen muss. Das wäre auch mal so ein Ding, so ein Pointer. Also sehr starke Erhöhung des Automatisierungsgrades und auch das Thema vielleicht auch, der Chef hat gewechselt und der möchte jetzt den Naden irgendwie umstecken oder irgendwie das Business anders machen. Das wäre ein Außer-Pointer. Also das ist immer so, wie erlappt eigentlich das alte System mit dem neuen System? Das ist auf jeden Fall ein Edith, um zu wissen, wie groß ist die Überlappung? Schafft man das nicht mehr, das irgendwie hin zu transformieren zur neuen Philosophie, wie das System tickt? Da kann man grob mal sich orientieren, wie das ist. Und da muss ich aber noch abschließen mit dem Zitat von Georg Jocham, denn als Letztes hat er noch gesagt, Ohne Ziel ist es nämlich verdammt schwer zu erkennen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Also der Anfangspunkt ist, wo sind die Probleme? Wie weit sind wir weg von unseren eigentlichen Zielen? Haben wir diesen Zielanspruch überhaupt bei uns? Und passt das so oder müssen wir noch kleine Sachen nachjustieren? Das sind sozusagen so ein paar Hinweise, die ich da geben kann. Also im Grunde genommen geht es darum, die Software, die wir jetzt haben, erfüllt Ihnen noch die Bedingungen? Also wenn jetzt zum Beispiel das System für was völlig anderes verwendet werden soll, als das, was ursprünglich mal gemacht wurde, dann muss man sich überlegen, kann man das dafür verwenden oder lohnt es sich dann irgendwie neu anzufangen? Genau, da hast du mich gerade nochmal auf was gebracht. Was ich auch mal gesehen habe, war ein Dokumentenarchivsystem und dieses Archivsystem konnte aber auch sehr gut E-Mails verschicken. Das hat sich dann irgendwie im Unternehmen so gewandelt, dass das eher so zweckentfremdet wurde zu einem E-Mail-Newsletter oder Mailing-System und diese Dokumentenverwaltung, die kam in den Hintergrund. Das war beim Kunden im Einsatz und wenn ich jetzt als Hersteller eines Dokumentenmanagementsystems mitbekomme, dass ich jetzt ständig neue Anfragen oder Support-Anfragen Richtung der E-Mail-Versandfunktion bekomme, dass diesen, jenes nicht funktioniert, dann müsste ich ein bisschen hellhörig werden. Vielleicht hat der Kunde nämlich jetzt plötzlich einen anderen Use Case für meine Software und vielleicht machen das anderen zehntausende Nutzer auch noch und dann sehe ich vielleicht, okay, vielleicht mache ich da ein neues Geschäftsfeld draus und separiere ein bisschen so diese Dokumentenarchivierung von der Benachrichtigung über E-Mail. Solche Hinweise. Auf die muss ich eben immer schauen, was steckt dahinter, hinter einer Anfrage, um da ein bisschen zu gucken, wo eventuell neue Ziele sind für mein Software-System. Im Prinzip finde ich hier das Konzept sehr interessant. Das ist ja quasi wie beim Recyceln. Man schmeißt nicht alles gleich weg, sondern man versucht erst nochmal irgendwie zu sehen, ob man das noch weiter benutzen kann. Und das gilt dann deiner Meinung nach auch wohl für Software. Da muss man aber aufpassen auch ein bisschen, denn vieles hat sich natürlich auch überholt. Also wenn ich jetzt mein eigenes Logging-Framework baue, um Nachrichten dann auszuschreiben, in eine Datei, also da, es war vielleicht mal in den 90er- oder 80er-Jahren drin, dass man sowas gemacht hatte. Aber mittlerweile kann ich das eben auch ersetzen durch Standard-Mechanismen. Und da kommt das wieder zurück auch zu den Konzepten. Also wenn ich da nicht mehr was völlig Verrücktes ausgedacht habe in meinem Software-System, das da draußen nie jemand gemacht hat, sondern ich mich zumindest von den Konzepten ja eben so orientiert habe wie die 0815-Software-Wickelung, dann habe ich auch eine große Chance, dass ich beispielsweise das Locken von Nachrichten absepariert habe von dem restlichen Code. Und dann habe ich eine Chance, eben auch so Basis-Funktionalitäten auch vielleicht zu ersetzen mit Dingen, die da draußen sich schon bewährt haben. Nicht, dass ich immer alles mitziehen muss, sondern ich versuche immer erst, was abzuschneiden, alte Zöpfe zu trennen. Und da spielt die Zeit ja für mich. Je weiter die Software-Entwicklung geht, desto mehr kommen wir auch in den Genuss von ausgewachsenen Bibliotheken, die noch mehr machen als jetzt vor ein paar Jahren. Und da werde ich auch immer ein Auge draufhalten, um eben Stück für Stück mal Richtung Standardisierung zu gehen und meinen Stack zu heben im Endeffekt. Also nicht mit den Compiler selbst zu bauen für eine eigene Programmiersprache oder so, sondern eben hoch zu leveln bis zu einem angemessenen Standardisierungsgrad, der für mich dann passt im Endeffekt. Also sich einen eigenen Compiler zu bauen ist vielleicht auch ein bisschen extrem. Es gibt Leute, die mögen sowas. Aber man kann natürlich auch einiges tun, um dafür zu sorgen, dass Software nicht alter Kaffee wird. Also alter Kaffee ist ja nicht unbedingt schlechter Kaffee, aber zumindest, dass die Software ein bisschen langlebiger ist. Was kann man denn machen, um das gleich von Anfang an in Gänge zu setzen? Also ich bin ja ein bisschen geprägt von der ganzen Software-Modernisierungsgeschichte. Ich persönlich, ich bin ein Fan von langweiliger Software. Da gibt es auch so ein Manifesto draußen, die Boring Software-Manifesto, dass man sagt, ja man nimmt einfach ausgewachsene Systeme oder Funktionen rein, wo man weiß, was die Vor- und Nachteile sind. Und dann kann man sich da besser orientieren davon. Also da bin ich ein Fan davon. Und ich würde auch ein bisschen so abraten davon, wenn man jetzt sagt, ja man möchte ein Software-System zu modernisieren, zu versuchen, alles, was man in den letzten Jahren vermeintlich verpasst hat, jetzt aufzuholen. Fair of missing out. Also die letzte Computersprache und das letzte Ding, das man haben muss. Okay. Genau, also da merkt man schon die Richtung. Man muss sich immer so vorstellen, man hat vielleicht ein Glas in der Hand und jetzt befülle ich das mit neuen Technologien oder neuen Versionen. Und dann kommt jetzt vielleicht noch nebenbei eine Restrukturierung rein bei mir im Unternehmen als Anlass für die Modernisierung. Dann muss ich noch plötzlich agile Teams bilden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich noch Vertikalisierung vor mir, dann neue Architekturstile. Also es ist einfach zu viel. Und daran sehe ich meistens, dass dann so Modernisierungsvorhaben einfach scheitern. Deswegen, ich würde es einfach sachte angehen und konservativer das Text nehmen. Na, das ist so Geschmackssache und ich habe langsam so eine Theorie. Ja, eigentlich, nee, Hypothese ist es ja. Dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist, ich glaube ich, auf jeden Fall drin bei dem ganzen Bestandssystem. Und ich habe gemerkt, ich bin da total entspannt. Und ich glaube, es kommt davon, dass ich mich in meinem zweiten Teil des Studiums in dem Masterstudiengang mit der Wirtschaftsinformatik sehr stark mit Lerntechniken auseinandergesetzt habe. Das war sehr BWL-lastisch, war vieles mit Auswendiglernen und ich war Niederauswendiglerner. Und dann, und der Stoff war auch ein bisschen theoretisch, hat mir ein bisschen gelangweilt. Dann habe ich mir selber angeschaut, wie kann ich denn sehr mit meiner Zeit effizient umgehen, um sehr schnell diesen Stoff zu lernen und das auch attraktiv für mich zu machen. Und da schaut man sich ein bisschen um, was da so geht. Dann müssen wir grafisch aufzeichnen, ein bisschen so Konzeptmaps machen. Also gibt Lerntechnik mäßig sehr viel, was man da machen kann. Und das hilft mir auch, sehr entspannt zu sein bei neuen Technologien. Also ich muss ab und zu auch mit der Kunden weiterhelfen mit Dingen, die ich jetzt noch nicht so kenne. Aber ich weiß, wie ich mich jetzt da einarbeiten kann in das Thema. Ich weiß, ich habe einen Blick dafür, wo sind die Ressourcen, wo ich rein muss, was sind die Guten, was passt zu mir. Und dann, ja, schaue ich mir das an und lerne das. Ich finde, also man tat eh nicht immer an vorderster Front irgendwie zu sein bei der Softwareentwicklung. Deswegen ist für mich der Ansatz eher zu gucken, ja, wie kann ich mir das, wenn ich es wirklich brauche, schnell aneignen. Und das erspart es mir auch, sehr viel neue Dinge einfach auszuprobieren, die vielleicht nicht passen, aber die waren eben in irgendeinem Magazin da, wo ich eben längerfristig dann mit einem Stack mit dabei bin, der konstant ist, den Leute verstehen können, wo man Vor- und Nachteile kennt. Das war für mich so ein Rezept für langlebigere Software-Systeme. Ich habe mal eine Zeit lang in der Mobiltechnologie gearbeitet. Dann wurde gesagt, irgendwie Cross-Plattform, das ist so das große Ding, das ersetzt alles, hat es dann aber auch nicht gemacht. Also man wird so ein bisschen, ich würde nicht sagen, abgebrüht. Man lernt so ein bisschen, dass das Neueste nicht auch immer gleich das Beste ist, obwohl es erstmal aufregend ist. Also man kann gut getrost auch auf erfahrene Dinge zurückgreifen. Genau, es hört sich aber auch so an vielleicht, dass ich jetzt völliger Vermeider bin von Neuen. Mir geht es mehr auch darum, sich ein bisschen tiefer gehende Gedanken zu machen. Also man muss auch sehen, auf Konferenzen, man hat ja ziemlich viel auch Evangelisten ein bisschen da auf der Bühne stehen, die eine Technologie in ihrem Kontext sehr gut anbieten konnten, aber den Kontext haben wir vielleicht nicht. Und da kommt es eben für uns rüber, ja das ist jetzt hier diese Silberpolitik, die wir unbedingt auch bei uns ansetzen müssen, aber wie gesagt, alles hängt ein bisschen von ab, wo wir unterwegs sind. Deswegen klappt das halt in den meisten Fällen nicht. Deswegen bin ich auch ein Fan von einer Art Technology Radar. Könnte man auch von anderen Unternehmen da draußen, Erfinder ThoughtWorks beispielsweise, und die managen die neue Technologie ein bisschen in verschiedenen Phasen, beispielsweise so eine Hold-Phase, wenn eine neue Technologie irgendwie aufkommt und jemand aus der Entwicklung sagt, ja das müssen wir jetzt unbedingt einsetzen, kann man die erstmal auf die Hold-Phase versetzen beispielsweise und dann so signalisieren, ja ich habe dich gehört, ist cool, dass du das weißt. Hat man eben die Motivation nicht komplett irgendwie gekappt von einem Entwicklenden beispielsweise, der frisch von der Konferenz kommt und zieht sich aber so eine neue Technologie noch nicht rein, sondern wartet erstmal ab, geht man vielleicht mal über verschiedene Phasen wie eine Testphase, eine Adaptierenphase irgendwann mal, wenn man denkt, ja das ist echt was für uns. Ich habe das auch selber noch erweitert bei mir im Kopf, wenn man so eine Aus-Phase-Phase beispielsweise, dass man auch wieder raus, also Technologien auch rausnehmen kann. Also das hat ein bisschen so mit diesem Technologiemanagement zu tun, dass es einem sehr gut helfen kann und auch einzufangen, die Ideen zu sammeln, mal ein bisschen abzuwarten, ob sich vielleicht doch mal die einen oder anderen Nachteile dieser neuen Technologie nochmal irgendwo zeigen. Das finde ich eine schöne Methodik. Also diese Angst vor, wir verpassen jetzt den nächsten großen technologischen Sprung, die ist ja immer da, die habe ich auch gespürt irgendwie als Entwickler. Aber man soll auch ein bisschen entspannter rangehen, weil irgendwie, man kann das irgendwie ein bisschen managen, das finde ich irgendwie ein ganz gutes Konzept, dass man sagt, also diese Holding-Phase, aber man muss auch schon immer noch das Auge auf den Use-Case haben, wofür benutze ich die Software eigentlich, was will ich damit machen, wer sind die Benutzer, die das dann letztendlich in die Hand kriegen und wie passt das da rein. Und noch vielleicht als Ergänzung, diese Entspanntheit, also man muss sich auch immer das so vor Augen führen, dass Technologie immer mehr bietet, also jetzt mal ganz flapsig gesagt, also jetzt beispielsweise mit ChatGPT, das kommt eben heraus erstmal mit einer API, damit man das eben selbst programmatisch benutzen kann und dann sind ganz viele Leute aufgesprungen auf das Pferd, um dann vielleicht auch eine Android-App drauf zu entwickeln, um eben so einen digitalen Assistenten zu haben. Aber es ist doch klar, wenn ich so eine Firma habe, die so eine Grundtechnologie macht, dann möchte ich natürlich auch mein eigenes Business irgendwie wachsen lassen und das ist klar, dass ich mir ein paar Monaten später auch überlege, eine App zu bauen, um eben diese Funktionalität des mobilen Assistenten zu bieten und das ist, was ich meine, also in gewissen Bereichen kann ich halt abwarten, dass andere Leute für mich die Arbeit erledigen, dass ich mir das nicht selbst machen kann und so ein Auge zu entwickeln dafür, na was ist jetzt die Technologie, die vielleicht jetzt sehr roh ist, die ich noch nicht verwenden kann, wo ich sehr viel selbst dazubauen müsste und dann zu erkennen, okay, dieses Selbst dazubauen, Monaten und dann nutze ich einfach das, was andere für mich schon gemacht haben und ernte sozusagen die in ihre Arbeit. Das ist halt sehr ein schönes Spiel, das man auch treiben kann im Legacy-Umfeld, was für mich eben auch diese Entspanntheit wieder ausdrückt, weil ich einfach weiß, alles erwirbt sich weiter, alles entwickelt sich weiter, wenn es erfolgreich ist und da kann ich eben dann von anderen Dingen übernehmen und selber weniger Arbeit haben. Also es geht jetzt nicht darum, dass man die Software klaut von denen, sondern es geht darum, dass man von den Erfahrungen, die die damit gesammelt haben, lernt, also zum Beispiel, kann man das überhaupt in ein Produkt einsetzen? Ganz gleich, wie man das dann macht, aber irgendwie ist das überhaupt möglich und bringt das überhaupt was für die Benutzer? Genau, also man kann es auch über APIs dann verwenden später mal oder dann gibt es auch immer das Open-Source-Movement, die versuchen dann eine Alternative zu bieten zu kommerziellen Lösungen und dann kann ich das auch lokal nutzen bei mir, muss ich nicht selber gucken, wie ich das mache. Also gibt es verschiedene Variationen, wie das dann in der Zukunft aussehen kann. Das war ja ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass die Zuhörer doch und die Zuhörerinnen doch ein bisschen Einblick gewonnen haben, wie man so an Legacy-Software rangehen kann und wie können die Leute dich denn finden, wenn sie Fragen haben? Also ich bin eigentlich gut unter meinem Vornamen, Nachnamen zu finden im Internet. Vielleicht schreibt man auch InnoQ dazu oder ich habe auch auf diversen Social-Media-Plattformen fast immer das Handle Feststelltaste. Der blöde Witz ist, keiner wusste, wie man die drückt auf der Tastatur. Da finden wir mich auf Twitter, Mastodon, LinkedIn, okay LinkedIn ist der normale Name, Markus Harra und da gerne auch connecten, wenn ihr Fragen habt. Okay, dann alles Gute und viel Glück und viel Spaß mit Legacy-Software. Den werde ich haben. Vielen Dank. Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.